So, und da sind wir auch jetzt schon im Spiel. Wo bist du? Ähm, ich bin im Rohr reingeklettert. Ich will gucken, ob hier irgendwas ist. Okay, also das erinnert mich... Das erinnert mich schon leicht an Laris. Ja, wegen der Seilrutsche und so weiter. Das ist eigentlich genau das gleiche Schiff. Ja, gell, eigentlich schon. Hallo, kann ich nicht mehr springen? Ja, ich kann mich nicht mehr setzen. Doch, ich kann wieder springen und ich kann mich auch hinsetzen. Hä? Warte, ich kann doch nicht springen, hä? Doch, jetzt kann ich springen. Ich kann mich nur nicht hinsetzen. Oh nein, dann ist es wieder wegen... Also, nächste Aufnahme wird besser. Und hier geht's nicht lang. Nur mal so. Hä? Oh! Ich hasse sowas! Folge dem gelben Ausrufezeichen, der auf der Minimap ist. Da ist einer, pass auf! Eine Witch! Ne, doch nicht. Alter, komm mal runter. Ey, wieso bist du so schnell? Achso, ja stimmt. Oh. Scheiße! Töte den Schildtypen! Wieso, was ist denn falsch passiert? Ich hab kein Schild mehr. Warum, was ist mit deinem Schild passiert? Der Schildtypi hat den Schild kaputt gemacht. Der Schildtypi hat den Schildtypen gehabt. Und für unser Schildtypi. Töte die! Töte die! Töte die! Töte die! Töte die! Ich hab keine Moni! Ich muss mein Schild nachladen. Ja genau, ich bin keine Herausforderung, ist klar. Komm, wir spielen verstecken. Mir hat er gesagt, komm wir spielen verstecken. Echt? Ja, spielen wir verstecken. Bei mir hat er gesagt, du bist keine Herausforderung für mich. Okay, spielen wir eine Runde verstecken. Eins, zwei, drei. Du bist. Okay, los geht's. Dann, äh, wir lassen wohl unser End... Eckstein, Eckstein. Endgegner sein. Ey, wenn's ein Endgegner ist, dann... Dann, 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 dann... Dann sind wir am Arsch. Ja, denk ich mir auch, weil wir sind eh schon scheiße. Und dann gehen wir noch so ein Endgegner. Ich mein, das ist der erste Endgegner. Mal gucken, wie viel... Ey, erinnerst du dich an diese, auf Laris, diese großen Gifttypen? Oh nein! Oh nein! Wenn der stärker ist als die Gifttypen, sind wir wirklich am Arsch. Der muss stärker sein. Hallo, der ist der Endgegner und das war so... Ja schon, aber Laris war eine Nebenmission. Ja. Ui. Und die neue Pistole ist ja eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Oh, die hab ich schon gleich ausprobiert. Die wechsel ich nochmal, wenn du noch eine F, ja? Ah, okay. Ich bin so fixiert... Ich bin so fixiert auf... Ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich hab zwischenzeitlich andere Spiele gespielt. Zum Beispiel kein Left 4 Dead oder so? Komm mal her, wir sind falsch gelaufen. Ja, ich weiß, aber ich wollte mir hier immer noch Money mitnehmen. Ach so, hab ich aufgehoben, gut. Okay, Typ. Hinter dir aber Kopf hoch. Oh Gott, da war ich nicht. Ich hab nichts gemacht und schon mit dem Level ab. Jawoll, es geht. Ist immer nur so, was laberst du? Wieso? Wir müssen da hinten... Wir müssen da hinten hin, ach so. Ja, dafür ist die Seilrutsche da. Uh, uh, like a boss. Jawoll. Hey, ich bin zu weit geräuscht. Geben wir Rückendeckung, ich muss laden. Ja, wo ist denn der Typ in der Kettensäge? Solche fack mich so ab. Oh, der ist hinter mir! Oh mein Gott, oh mein Gott. Jawoll. Der hat einen Mod fallen lassen. Mal sehen. Ich fang ihn. Ich fang ihn. Was ist denn? Fusion Core. Was ist dieses Fusion Core? Ich hab Redirection. 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 Ich kann es gar nicht aussprechen. Noch ein Mod. Echt? Ja. Nochmal Fusion Core. Was bedeutet das denn? Point Strike. Ich glaube, das sind alles... Ich krieg nur Warframe-Mods. Aber ich find jetzt geil, dass die ein Bild haben und nicht... Ja, gell? Und nicht nur diese Behinderten... Wenn man ein bisschen länger wartet, dann sieht man auch so eine tolle Animation. Ja, aber ich bleib da jetzt nicht da mitten in den Gegnern stehen, um mir die Animation anzugucken. Du kannst es ja auch gar nicht mal kurz erscheinen. Man muss schon sagen, die Sniper, wenn man einen Kopftreffer macht, ist so geil, aber trotzdem braucht die extrem lange, um nachzuladen. Da hinten liegt noch ein Mod. Da hinten liegt noch ein Mod. Ich hab noch ein Mod rausgeholt. Wo denn? Ganz, ganz, ganz da hinten. Oh, stark. Weiß Sniper, Alter. Weißt du? Nur beschweren kann er sich. Nur beschweren. Ach, da liegt der Mod. Pistolen. Jawoll. Schaden plus 20 Prozent. Ein Mega-Extrem-Lag. Yeah. Lipp-Magazin. Pistolen. Pistolen. Mord. 5 Prozent wieder. Das Magazin. Börse. Hier geht's lang. Ja, ja. Ich zermale Alpha-Team zum Staub. Ah, ja. Schön, dass er Alpha-Team zum Staub zermalt. Was juckt mich das? Ich mein' ich erst einmal. Ich esse auch jeden Tag zum Frühstück, Alpha-Team. Also, zu mir sagt er, ähm, dieser Volt wird sich ganz gut an meiner Wand machen. Echt? Ja. Oh, wie cool. Mann, wieso kriegst du die coolen Sprüche? Ja, weil er mich gerne hat, gerne beleidigt. Also, ich glaub da was gegen mich. Ich bin ja nicht sicher, aber hey. Scheiße. Oh, das war ein Gegner. Ich dachte, das wär so eine Vorratskotz. Hoppla. Und wieder der mit der Katana. Wow, 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 wow. Weg von mir. Häy? Ey, was ist Honda jetzt los? Nein. Nein. Guck mal, der hat einen Himmel. LOL, hier hängt er fest, ne? Was ist er denn? Da! Junge, geht er schnell down. Und der hat zwar ein Schild, aber ein Volltreffer-Schild, dann ist er tot. Puh. Junge, hast du gerade die Animation gesehen? Ja. Ich habe einen Sau sein von mir gesehen. Was? Ja, wo ist er denn? Da außen läuft er doch. Ich bin so schnell. Oh ja, oh ja. Ich kümmere mich mal um die anderen Gegner. Kümmere du dich um Volt. Ich meine um diesen Typen. Käpt'n sonst sowas. Käpt'n Kumpfhose. Oh Gott, der kommt hier hoch. Du nennst dich Krippert. Alter, der sagt zu mir, Sniper-Tron ist eine gute Trophäe. Der sagt zu mir, du nennst dich Krieger, zeig mal ein bisschen Respekt. Junge, der hat einen Treffen-Bag gehabt. Das habe ich voll ausgenutzt. Aber jetzt kommt der hier hoch. Hä? Der hat schon wieder einen Treffen-Bag. Nee, doch nicht. Hahaha. Hier, ich bin ein richtiger Mann. Säbel dich weg. Was ist denn hier? Siehst du mich nicht verstehe? Direkt hinter dir. Was? Junge, bei mir versteckt sich irgendwie Loki. Obwohl ich dich eigentlich gerade... Ah! Oh Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit. Scheiße. Scheiße. Mach dich und dich mal und hilf hier. Junge, wie oft er noch ist, bin Bolt, nicht Loki. Nein. Nein. X, nicht E. Falsche Taste. Äh. 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 Nein. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Now get to Extraction. Lol. Ich habe den mit einer Pistoleblatt gemacht. Was ist denn das für ein Lappen? Ja, ich habe ihn brutalst angeschwächt. Hier, da liegt noch ein Mod von dem. Hellchamper. Zwar ein... Shotgun. Nein. Herrgott, noch eins. Warte, 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 warte. Entwaffnen. Haha, ihr Lappen. Ihr... Ihr Lappen. Du liebst den Milimons. Kann man... Kann man... Das Mods trade. Alter, die... Die haben alle... Nein, ich glaube nicht. Die haben alle diesen verdammten Stab. Junge, dieser geile Stab, der will... Ich auch haben. Ich finde ihn viel besser als die... Hallo, was denn... Kannst du... Du weißt schon, dass du den Stab haben kannst. Dieser abendfriststab, glaube ich, heißt der. Wenn ihn jetzt haben, nicht... Nicht erst tauchen. Für 15.000 hast du den. Kann ich mir holen. Ich habe 20. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, einfach weiterzugehen, nicht einfach mal die Gegner zu... Wir sollten einfach weitergehen. Dann kriegst du aber kein Waffen-XP und wenn du kein Waffen-XP hast, bist du ein Blut. Ja, scheiße, gell? Hm. Du bist blöd. Hinter dir, gell? Ja, so spitze ich jetzt. Scheiß, Dreck, ne? Schön. Und du überspringst die Gegner. Fucking Treffen-Bug, Mann. Wann beheben die denn den? Das ist wegen deinem Scheiß-Host. Du bist der Host und dein Host... Nein, selbst der Endgegner hatte den Treffen-Bug. Ja, weil du der Host bist. Ja. Weil mich bei mir lecken die Gegner, weil mir schießen die noch nicht mal auf mich. Du bist gerade gestorben. Können sie da nicht auf sich schießen? Nein, das war der Endgegner. Der hat mich mit diesem Stab pulverisiert. Der wäre viel schlimmer, wenn er nicht so backen würde. Wegen dir. Ja, okay, ich spiele die Mission halt irgendwann nochmal. Ja, genau, irgendwann. Wahrscheinlich dann die Outtakes, ne? Soll ich dir was sagen? Ein Monat, dann habe ich eine bessere, eine schnellere Internetverbindung. Also, liebe Leute, das ist ja schön, nur einen ganzen Monat, echt? Wie bitter ist das denn? Warte, 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 warte. Wie schnell ist die Internetverbindung? Im Moment? Nein, nicht im Moment, sondern wenn du sie in einem Monat hast. Ich habe es so schnell wie deine, wieso? Da seid ihr auch 32.000er Leitungen. Nochmal was? Also hat sie dann auch 32.000er Leitungen, also 32.000 mp pro Sekunde. Ja. Rifle, ja man, Mehrfachschuss, das ist doch schön. Schon wieder so ein scheiß Melee-Mod, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich wünschte, ich hätte mal die Melee-Mods, ich meine, ich habe ein Skarner, ich brauche sowas. Ey, ich wünsche dir würde mal das Feature-Traden einführen. Haben die ja, du kannst deine Mods verkaufen. Ja, aber nicht an dich oder so. Ja, das ist scheiße, gell? Oh nein, oh nein, oh nein, so ein scheiß Schildtyp, lad nach. Da ist noch ein Mod, da ist noch ein Mod. Ich sehe ihn fliegen. Kritischer Schaden, Melee, ja man. Ja, wieso hat er mich? Ich will den Mod auch. Ähm, jetzt habe ich die Warframe-Mod. Das war den Fokus-Mod. Was ist das für Mod? Ja, 5% ehm, Fähigkeit oder so. Ich glaube, Konzentration oder sowas. Okay. Der will auch. Sie gucken mich nur blöd an, die Typen. Ich kann eigentlich, ich, ich, ich fühle mich gerade so, als ob ich cheaten würde. Ja, sie haben bei mir gar keine Herausforderung. Da steht einer, ich glaube einfach zu den hin und schon ist er tot. Wer hat aber auf dich geschossen. Einmal, ein einziges Mal. Ah, ah, oh Gott. Siehst du, die Schildtypen machen gar nichts. Ich kann einfach vor den gehen und die schnetzeln. Nein. Nein, dann hat er ein Schild irgendwie versagt. Einfach vorgehen und schnetzeln. Haha, erster. Huch? Was habe ich gemacht? Huch, was habe ich gemacht? Ey, ich finde mich, 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 ich finde mich so geil, wenn irgendwas Unerwartetes passiert und du dann so wie so, du tust, Huch! ha 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 ja klar dass das nahkampf ja aber gott stehen da ist er tot recht parkour oh mein gott wieso jetzt nicht wirklich als parkour an oder geradeaus jolo voll in die kampf gestürzt fast fast an der fast dran vorbei fast herr gott dieses scheiß sniper gewehr lebt total nange hinter dir verschießt ihn hau was hau oh die haben es geschafft mein schild zu zerstören ich bin ja hau wow 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 hast du gesehen wie viele typen da vorne sind ja was meinst warum ich da weggegangen bin oh gott oh gott oh gott oh gott ich meine wir haben nichts schlimmes getan ja wir sind hier reingebrochen scheiße sind da oh gott als ob ich hier die komplette armelt waffelt hätte oh gott ich muss mich doch einfach rein wo bist du scheiße wir müssen da lang warte auf mich warte warte ich bin da ich bin da ich bin da da hinten kommen nur ein endlich gegner wenn ich damit aufhalten wird es dir spaß hätte ich das denn wissen sollen jetzt nicht zur gasse na na ich schicke mal das betriebssystem von denen ja ich bin ein ingenieur siehst du ich habe ich habe sogar meine eigene Raspberry und dann likelihood es gab ihn allein auf den das wir eingeschätzung ich there ich ich